...und ich greife das gerade mal auf, was Thomas da gesagt hat. Also zum einen Thomas, bitte lassen wir noch ein Brötchen übrig, ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Zum anderen hat sich ein bisschen was getan im Rennen. Anja Beranek, das ist die Dame mit Vorwärtsdrang auf dem Rad. Die hat nach 13 Kilometern schon eine Minute auf Lucy Charles aufgeholt. Das ist die Dame mit Vorwärtsdrang auf dem Rad. Die hat nach 13 Kilometern schon eine Minute... Die dame bis nach 15 Kilometern ist die Dame mit Vorwärtsdrang auf dem Rad. Das ist die Dame mit Vorwärtsbrachling. Applaus Applaus Das große Finale der Frauen rückt immer näher. Das wird noch 10, 12... Der Leonardo und die Sarah. Hey, die läuft aber flutsch. Wahnsinn! Musik 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 Vielen Dank.